Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich jetzt gerade in einer Ferie und ich habe gedacht, ich mache mal Vlog-mässig hier etwas mit Konstanz, wo wir jetzt gerade in der Ferie sind. Ich nehme euch einfach mal mit und zeige euch mal ein paar Sachen. Angefangen gestern bin ich hier gekommen, laufe ich hier hin, da hinten ist ein Skatepark, da sind so Velofahrer mit ihren Dirtbikes rumfahren, laufe ich hier lang, fahre mal plötzlich sehe ich da einen Sprayer. Ist ja hier richtig in aller Öffentlichkeit am Sprayer, weil wir haben dort hinten geparkt und da in aller Öffentlichkeit ist er da am Sprayer gewesen. Da hat er eine fette Musikbox angemacht, also du hast nicht vorbeilagen können, weil die Musik schon so laut war. Ist da alles in aller Ruhe, ist er da am Sprayer gewesen mit so einer Gasmaske, genau, als ich da euch gleich noch ein Video einblende. Und ja, 15 Minuten später bin ich dort auf dem Park wieder zurückgekommen und fahre mal die Polizei da hergefahren und du siehst nur, wenn er seine Sachen packt und einfach quer dort hinten weg. Er ist richtig da unter dem Zudor und dann hinten so rechts ein Duffi. Die Polizei natürlich nach, sie sind da richtig so da, fast über den Bordschein dort übergefahren, angehalten und ihn voll verfolgt und alle dort nicht los. Ja, brutale Szene schon. So, den ersten Halt haben wir jetzt damals gemacht, bei dieser Brücke, bei Konstanz. Wunderschön da hinten mit der Ding. Und auf der anderen Seite sehen wir, der Fluss bei geht da rein, richtig Untersee. Und jetzt würde ich sagen, er kommt mal richtig in die Direktion. Jetzt sind wir da mit der Veloskele plötzlich gefahren, jetzt sind wir euch das mal angeschaut. Ganz gefreutet. Architektonisch gesehen, richtig geil. Die ganze Sache. Erinnert an doch fast ein bisschen, aber noch ganz ein bisschen in Hogwarts. Natürlich nicht krass, aber damals, wenn man so die sah, dort auf dem Dach, der Piller dort da. Ja, und wir sehen ganz, sehr geil aus eigentlich. So, Eva, jetzt muss man ja geil, wenn ich jetzt mal gerade mal alle um die Hinten gehen, ist die ja geile Aussicht auch mit dem Zeppelin, sehen wir den Zeppelin dort. So, seht ihr das da hinten? So, dort können wir das gleich mal lernen. Ja. So, interessanterweise jetzt laufen, in der Mitte von ganz Kunst, haben wir jetzt ein kleiner Pfandpark, zack, Karussell, ein riesiges Riesenrad und ein Candy Shop. Wenn wir schon mal da sind, gibt es natürlich Boxautomat. Sieht nicht gut aus. Nicht mit Puzz. Alter! 9.22 So, was habe ich in der Gesicht? Jetzt kann man da gerade mal gerutschen. So! Dann geht's! Oh, ist das ein Dreck? Oh! Alter! Jetzt rutscht man aus! Oh mein Gott, was ist da? So, wir sind jetzt auf dem Hauptplatz angekommen. Auf den Hohrepol, für das, dass es ein Dienstagmorgen ist. So, wir sind jetzt hier. So, was ist das da? Ich glaube, da sind irgendwelche paar Sachen drauf. Wappen oder so. Und Hohregal, finde ich hier schöne rosa Teile da. Mh. Parfüm Store und was ich ganz ehrlich sagen muss. Das da so. Ich weiß nicht wieso, aber das ist das ekligste Parfüm, was ich hier im Leben geschmeckt habe. So, ich befinde mich jetzt sogar in einem kleinen Spielwarecenter. Oder geil, läuft wohl jetzt auch. So, das war ja riesig. Aber was richtig krank ist, legen wir die Prise an. 199. 399. Aha! Und das stört die Prise. So, damit, ja, muss ich... So, und damit... Damit beende ich meinen Tag heute. Da am schönen See. Und ja, hoffe es hat euch gefallen.